Ecstasy 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 ist ein nicht-varkiersfähiges synthetisches Bedeutungsmittel, dessen unerlaubter Umgang strafbar ist. Ecstasy erleichtert die Kontaktaufnahme und steigert die geschlechtliche Paarungsbereitschaft. Ecstasy stimuliert hauptsächlich jene Nervenzellen, die das Gehirn mit Serotonin überfluten und in einen Tanzrausche führen. Ecstasy-Lust-Termon, Apoplastoptische, Launis-Zerstörungen und Taktile-Kreize deutlich intensiver. Ecstasy-Lust-Termon Ecstasy ist ein nicht-varkiersfähiges synthetisches Bedeutungsmittel, nach dessen unerlaubter Umgang strafbar ist. Ecstasy-Lust-Termon Ecstasy-Lust-Termon Ecstasy-Lust Ecstasy-Lust-Termon 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 Das war's für heute. Schau mal, jetzt schau mal. Schau mal, jetzt schau mal, jetzt schau mal. Schau mal, jetzt schau mal. Das ist ein Hecht. Everybody, move your body. Put your hands in the air. People move to this party. This party's kinda hot. I see these sexy ladies. Red style, looking good. Like you're my scenes. Dance, throw your hands up high. It's what we like. Dance, everybody's on fire. We'll have a good time. Throw your hands up high, it's what we like Everybody's on fire, we're dancing all night Throw your hands up, throw your hands up This, everybody's on fire now Come on Come on